Huch, das ist ja, das ist ja Code. Ja, das ist ja ein Ding. Wie kommt denn, wie kommt denn Code von oben auf mein Himmel? Ich glaube, ich komme, aber ich glaube, das kann ich rauskriegen. Wollen wir mal sehen. Ah, er da. Er geht so los langsam. Kopp nach unten. Der geht sich erschießen. Guten Tag. Einen Moment bitte, ich möchte nämlich was raten. Ich würde sagen, Sie kommen aus dem Buchenwald, grüne Gacke. Schmutzige Scheiße. Hm, Sie sind nassig. Wo haben Sie denn Ihre Flinte? Sie müssen noch die Buchenwald verschießen. Ja, wir haben noch wesentlich andere Dinge zu tun. Nun, Herr Konsument. Ja, bis bald denn. Tschüss. Tschüss. Ja, und so muss bin ich dann in den Buchenwald gefahren. Da hinten ist ja schon das Gacet. Und es riecht nach Speise. Ah, ihr seid auch da. Kommt mal mit. Gehen wir mal auf Uhrensuche im Wald. Hier gibt es doch sicher eine Menge Interessantes. Zum Beispiel dieser kuschelweiche grüne Teppichboden aus Soos. Na, den hätte ich gern zu Hause. Hey, das ist ja eine Begrüßung. Wer schmeißt denn hier mit Schweiß drin? Ja, der muss mir auf den Kochbüsen haben. Schweiß, würde der Kommissar sagen. Ah, 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 ah.